Die neue Staffel Die Höhle der Löwen steht bereits in den Startlöchern. Ab dem 4. April gibt es wieder wöchentlich eine neue Folge der Gründershow auf Vox zu sehen. Die beliebten Investoren Judith Williams, Dagmar Wörl, Ralf Dümmel, Nils Glagau, Carsten Maschmeyer, Nico Rosberg und Georg Hofler werden dann wieder nach den besten Deals suchen. Unternehmerin Sama Röser wird als zusätzliche Investorin hinzukommen. Doch in der neuen Staffel erwartet die Fans noch eine weitere Überraschung. Denn ein weltbekannter Promi wagt sich in die Höhle der Löwen. Fußballstar Michael Ballack wird als prominenter Gründer dabei sein. Michael Ballack ist seit dem tragischen Tod seines Sohnes Emilio nicht mehr öffentlich aufgetreten. Umso mehr freuen sich seine Fans auf das TV-Comeback des Fußballers. Mit welchem Produkt oder Unternehmen sich Ballack vorstellen wird, ist allerdings noch nicht bekannt.